Tag, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Laserdrive.io Was ich lang, warte mal, ohne EO, Entschuldigung Was wir echt lange nicht mehr gespielt haben, beziehungsweise, ja, wir nicht, aber Ihr guckt das heute, äh, ich glaube seit dem 25.05. habe ich das nicht mehr gespielt Ja, ich habe mich davor ein bisschen schlau gemacht Ja, und da habe ich, ich wollte das eigentlich gestern schon aufnehmen Aber war leider mir viel zu spät Habe ich gedacht Nö, bringst du denn heute, also gest, beziehungsweise gestern Äh, nur YouTubers live Ähm, dann nehme ich das heute auf Also, wow, ja, doch, ist heute, also heute Freitag 0,43 Ja, äh, nicht so lange habe ich nichts mehr wirklich zu sagen Oh, das ist meine Kenne ich durch mein eigenes? Ich glaube nicht Und wie immer Wollen wir den Rekord Platz 1 Äh, es spielen das immer noch nicht wirklich so viele, ne? Schade Oh nein, falsch, warte Oh, ja Da ist schon Spielebibliothek Wow, two, one Ey, cooles Wort Okay Ja, sehr schön Okay, da hat sich jemand umgebracht Okay, Mist, er hat es gewusst Okay, er bringt lieber sich selber um Okay, ich glaube, so allgemein schwer ist es nicht Oder? Ich muss es irgendwie nur schaffen Jemanden einzukreisen oder so So Vielleicht du? Nee Schade Okay Langsam, langsam ist schlecht Äh, rot, äh, grün ist für sich selber Okay Hat er Ui Da hat jemand langsam ne Rakete genommen Okay, ich bin immer noch vierter, aber gleich bin ich Platz 3 Ja Guck mal, wie locker easy ich noch mache Ist das drin? Okay Vielleicht Ah, die sind dicker, okay Mh, oh Wie mache ich das jetzt? Okay Ja, sehr schön Da hat jemand gerade hier Gummi Okay, ich glaube, ein bisschen mehr spielen das Als sonst Okay Da habe ich den Rekordplan Ich Oh nein Da war ich nicht aufmerksam Da ebenfalls nicht Was mache ich da? Okay Äh, drei Minuten gerade Okay 2 mal 72 Naja Dann würde ich sagen Natürlich Versuchen wir jetzt nochmal den Rekord Also Alter Was ist das? Äh, guck mal auf Platz 1 bis 3 273 272 271 Okay, was ist das denn? Was kann die Krone? Ich glaube, ich plus 7 Ah Okay Ja Plus 20 Sehr schön Ich liebe diese Bots, die da einfach so rumrennen Also Oh Was bringt das? Okay 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 Sind schneller Okay 117 Haben wir schon Okay Danke, dass du reingerannt bist Okay Ja, komm Okay Scheint Als Was passiert eigentlich, wenn man diese Punkte da reinrennt Okay Warum tötet er? Ah Okay Das sind Restflecke, sag ich jetzt mal so Okay 160 Ich weiß nicht, wie man hier am besten einen killen kann Äh Am besten eher umkreisen oder so Ah Vielleicht ist das da ein Bot? Nee Natürlich nicht Schade Mit Schokolade Schade Schokolade mit Marmelade Okay Reimt sich darum Äh Nee Okay Machen wir das? Ah, okay Anscheinend wirklich Äh Das ist halt Aber so macht man auch keine Punkte Das heißt Okay Vielleicht schaffen wir jetzt ein So Jetzt habe ich einen Schuh oder so gemacht I don't know Okay 200 haben wir Jetzt haben wir 200 Ähm Okay So Also wer das so nicht wirklich verstanden hat Das ist einfach Curve Äh Curve FIFA 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 Ja FIFA Punkt Io Ihr kennt das ja Bestimmt von JAP Und andere Die wäre ja sehr YouTuber Ähm Halt dieses Wie das bloß Da versucht man Sein Äh Gegner halt Äh Zu entkreisen Oder so Also nicht entkreisen Sondern Zum Aufgeben Ähm Na Würde ich nicht sagen Sondern Ach ihr kennt das bestimmt alle Äh Das sind halt Curve FIFA ist halt Sowas wie das Bloß da Ja Äh Und bloß da Müsst ihr Kriegt ihr keine Punkte Sondern müsst den Gegner Ausschalten So So kann man es sagen Oh man Gott Das wird eng Ui Ja Und da sind wir auf 1 Sehr schön Da Kriegen wir mal wieder Ich glaube Haben wir bis jetzt Irmall ersten Gehabt I don't know Okay Das ist auch nicht Keine hohe Punktzahl Die man hier Bekommt Ähm Nein Ui Ja Noch 20 Achso das war glaube ich Okay Da haben wir 17 Oh Sind wir echt Eiskalt Ey Eiskalt Erster Okay Das war ein Bot da Schade Kam Na ja Was ist das eigentlich Digga Ja Genau Schön Na Okay Ich weiß nicht Ob ich den jetzt Gerettet habe Oder nicht Oh Ja Sehr schön Nummer 20 Abgestaubt Hier Hier Renn rein Renn rein Schade Okay Äh Verkehrte Steuerung Damit Relevant Äh Es war eine kurze Runde Ich wollte jetzt heute nur noch 25.5 Heute ist der 17.6 Ja Also fast einen Monat nicht mehr gespielt Äh Da könnt ihr es nochmal sehen Hier Spielbibliothek Warte mal Ich mach mal das besser 1 Ja 1 Best Gold 372 Also Wie Platz 2 Bloß Die 3 und 2 Getauscht Naja Das würde ich sagen Ich freu mich über jeden Dislike Und dann Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal